Also wenn wir jetzt hier den Beat haben, plötzlich merken sie, es geht sich jetzt nicht mehr aus. Das heißt, es müssen alle Musiker gleichzeitig springen. Und das über mehrere Minuten, und zwar gleichzeitig und im besten Falle auch zur Groove. Und das ist die Herausforderung bei diesem Stück. Es ist ein 15 Achtel und es ist eine tolle Nummer, weil es sozusagen zum einen rhythmisch komplexer ist, zum anderen tolle Brass-Parts hat und zum guter Letzt die einzelnen Musiker-Feature, das heißt umfangreichere Soli eingebaut sind, im Drumset, im E-Bass, in der Percussion, in den Bläsern und es ist immer schön vorne Marlinda sich das auch alles anzuhören. Viel Freude mit uns bei Interaction. Applaus 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 Amen. 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 Amen.